Hi Leute und willkommen zu der Sessions Q3 Remastered Geht nicht, guckt da ist ein Baum im Weg Macht man schon genau das was er will und dann gehts nicht Guck mal abgestiegen ausgesehen Zu Fuß werden wir Halt den Schnauze Mal gucken Ich werde das nie rechtzeitig schaffen Steig wieder aufs Pferd, Connor Guck da rüber, danke Bist du wohl auf, mein Freund? Steig wieder aufs Pferd, Connor Bist du wohl auf, mein Freund? Was hast du denn vor? Eigentlich wollte ich da den Punkt haben Haben wir das Game Mark wichtig Achso Ja Das ist es, das ist der Weg Oh Drecke Was machen die denn hier? Das müssen Kundschafter sein Sei vorsichtig, Connor Sie dürfen die anderen nicht warnen Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen Keinen auf dem Kumpf fliegt aus Hier, dann nach links Hm Links Okay Dafür sollten wir absteigen Es ist leiser und schneller Ich hätte schon dreimal links gesagt Ich hätte mich also schon mal im Kreis drehen müssen Und das ist ein Mal im Krieg Wurken jetzt im Kloche Die gehen weg. Hier? No. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Aufmachen, Polizei. Lass alle wissen, dass die Rotröcke auf Lexington und Concord marschieren. Die Bretten kommen! Zurück in den Sattel, mein Freund. Wir müssen noch mehr Leute warnen. Ja, wie gesagt, da habe ich das verletzt. So, Robert, da nach dem Wort. Ja, wir sind hier ganz genau richtig. Ich seh das auch aus. Man darf uns nicht entdecken, Connor. Schnell! Lenks! Was gibt's hier noch für schöne Missionen? Vorsicht, Connor. Es gibt vielleicht noch mehr Kundschafter. Das ist es. Das ist der richtige... Sag Bescheid. Die Rotröcke sind im Anmarsch. Sofort! Die Rotröcke sind im Anmarsch. Welche Richtung, Connor? Ich kann nichts dafür, wenn das Pferd nicht einfach über den Fluss geht. Rechtsrum! Lass uns zu Fuß weitersuchen. Das ist es. Das ist der richtige Ort. Die Rotröcke, komm! Hier! Wir sind hier! Packt sie! Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Entkommen. So reicht, oder? Wir müssen die Rotröcke abschütteln! Pass auf, dass keiner davon kommt! Alter! Kannst du einfach krippieren! Kannst du einfach krippieren! Das war zu knapp für meinen Geschmack! Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen! Bist du wohl auf, mein Freund? Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Dafür kann ich jetzt was. Dass der nicht einfach beim ersten Pfeil gestorben ist, sondern auf einmal für den drei Pfeile... Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! So langsam, wirklich! Dass die genauso schnell laufen kann wie ich, ist natürlich einfach nicht schön. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! Du musst sie irgendwie abhängen, Connor! Ach, komm! Das ist ein Schwachsinn. Wir müssen die Rotröcke abschütteln. Du musst sie irgendwie abhängen, Tronner. Tja, damit hast du bestimmt das Überraschungsmoment. Du musst sie irgendwie abhängen. Tja, damit hast du bestimmt das Überraschungsmoment. Ja, komm, tötet mich. Ja, du machst das Dauer da so lange. Du musst sie irgendwie abhängen, Tronner. Das war zu knapp für meinen Geschmack. Lass uns weiteren Überraschungen aus dem Weg gehen. Schneller! Wir müssen ihnen entkommen! What the fuck? Ich dachte, wir werden weg. Wo sind wir hier? Das ist nicht richtig. Halt die Schnauze. Du musst sie irgendwie abhängen, Tronner. Hier. Tja, damit hast du bestimmt das Überraschungsmoment. Das ist ein Überraschungsmoment. Was ist das? Was bin ich dafür? Was haben wir das Pferd? Was ist das? 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 Dorst und ich reiten weiter nach Concord. Connor, am besten bleibst du hier und hilfst John Parker die Stadt zu halten! Das gibt uns Zeit, alle zu warnen! Okay. Können wir das erstmal geschafft? Wir haben wieder ein bisschen stuff freigeschaltet. Wollt ihr kaufen oder verkaufen? Den hier. Ich brauche wieder 5 Gegner. 3 4 5 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 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 10 5 5 6 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 11 14 15 15 15 15 18 16 16 Es 16 20 20 21 22 Wo ist Revere? Gefangen. Was? Keine Angst. Der Mann ist brenzlige Situationen gewohnt. Der kommt klar. Ganz sicher. Genug geschwätzt, die Damen. Parker scheint zu glauben, du seist nicht vollkommen nutzlos. Also schätze ich, es gibt ein, zwei Dinge, bei denen du uns helfen kannst. Wenn der Kampf beginnt, müssen wir diese Stellung halten. Das ist entscheidend für die Verteidigung von Concord. Gute Jungs, aber keine Soldaten. Sie brauchen jemand mit Erfahrung, der sie anführt. Kannst du das für sie tun? Und du sagst besser die Wahrheit. Du hast mein Wort. Dann bleibt uns jetzt wohl nur noch eins. Warten. Sir! Vermannt die Barrikaden! Nein! Meine Männer müssen diese Stellung halten. Wenn die Roten durchbrechen, sind wir dran. Was soll ich dabei tun? Hör gut zu. Die Rotröcke bilden Schützenlinien. Gib den Schießbefehl kurz bevor die Reihe bereit ist. Zu früh und sie verfehlen jetzt hier. Zu spät. Und der Feind wird das Feuer eröffnen. Verstanden. Und wenn ein paar der Roten Bastarde durchbrechen, greif sie an. Halte meine Männer am Leben. Nicht schießen! Not damn. Die Feuer rufen! Not damn. All right. Die Feuer rufen! Fire! 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 nicht schießen nicht schießen wartet auf mein signal nicht schießen wartet auf mein signal los nicht schießen feuer frei macht euch bereit wo sind da so viele gestorben nicht schießen macht euch bereit feuer frei nicht schießen wartet auf mein signal macht euch bereit nicht schießen vorbereiten nicht schießen nicht schießen macht euch bereit macht euch bereit los vorbereiten Das Signal abwarten. Schießt! Macht euch bereit. Los! Schießt! Vorbereiten! Schießt! Feuer frei! Schießt! 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 Wartet auf mein Signal. Feuer! Das Signal abwarten. Macht euch bereit. Feuer frei! Macht euch bereit. Jetzt feuern! Macht euch bereit. Feuer! Hä? Geht einer hin? Ich fände nicht rum. Das war ein Dastat. Schießt! Wartet auf mein Signal. Nicht schießen! Feuer frei! Wartet auf mein Signal. Feuer! Schießt! Nicht schießen! Los! Das Signal abwarten. Das Signal abwarten. Los! Los! Vorbereiten! Macht euch bereit. Feuer! 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 Okay, jetzt muss ich offscreen noch ein paar mal versuchen, keine Ahnung. Allt von hinten kommen die NPCs angelaufen und die sind dann sofort wieder tot. Und die zählen dann damit rein. Was ist das für ein Patsch? Ich weiß nicht, wie kann man noch probieren, dass wir zum nächsten Mal gestalten.